Gerade erst nahm Helene Fischer als Überraschungsgast an Florian Silbereisens Adventsfest teil. Kommt es nun schon zum nächsten Bühnen-Wiedersehen der beiden? Am 6. und 7. Dezember wird in Düsseldorf die Weihnachtsausgabe der Helene Fischer Show aufgenommen. Gastgeberin Helene Fischer gab bisher erst wenige Details zu ihrem TV-Spektakel bekannt, das am 25. Dezember im TV ausgestrahlt wird. Angeblich soll Helene jedoch Stars wie Robbie Williams, Nino De Angelo oder Marianne Rosenberg auf der Bühne begrüßen. Doch noch ein weiterer Star steht angeblich auf der Gästeliste der Helene Fischer Show. Wie Bild berichtet, tritt Florian Silbereisen gemeinsam mit Helene auf. Helene Fischers Weihnachtsshow, besonderes Duett mit Florian Silbereisen? Demnach sei für Helene Fischers Weihnachtsshow ein ganz besonderes Duett geplant. Weitere Details sind allerdings noch nicht bekannt. Es wäre bereits das zweite Mal in kürzester Zeit, dass das Ex-Paar gemeinsam auf der Bühne steht. Helene Fischer begeisterte das Publikum von Florians Show das Adventsfest der 100.000-Lichter nämlich gerade erst mit einem Überraschungsauftritt. Gemeinsam gesungen haben die beiden dabei allerdings nicht. Florian Silbereisen nimmt schon an einer anderen Show teil. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass Florian Silbereisen tatsächlich in Helenes Show zu sehen sein wird? Immerhin postete er selbst am 6. Dezember ein Foto, das ihn bei den Proben zu DJ Ötzi's Mountain Mania in Hamburg zeigt, wo er am Freitag zu sehen sein wird. Sehr unwahrscheinlich also, dass er am selben Tag auch einen Auftritt in Düsseldorf absolviert. Am 7. Dezember ist jedoch kein solcher Auftritt geplant. Eigentlich bekommen Helenes Zuschauer sowohl am 6. als auch am 7. Dezember die gleiche Show zu sehen, die dann fürs TV mit den besten Aufnahmen zusammengeschnitten wird. Doch möglicherweise wartet auf das Publikum am Samstag mit einem Überraschungsauftritt von Florian noch ein ganz besonderes Highlight.